Magische Zauberpilze wirken bunt und lustig. LSD wirkt kalt und unlebendig. Doch stimmt das wirklich? Welche unterschiedliche visuelle und körperliche Effekte haben sie? Und auch nach meinen ganzen Erfahrungen, welche der beiden finde ich am besten? Dann lass uns jetzt die Unterschiede mal anschauen. Doch es muss natürlich gesagt sein, dass wir alle unterschiedliche Menschen sind. Du und ich, wir nehmen die Welt ganz anders wahr, weil wir ganz andere Dinge erlebt haben. Deshalb mag das, was ich dir gleich erzählen werde, was bei mir passiert ist, bei dir überhaupt nicht zutreffen. Das ist ganz wichtig, dass du das verstehst. Doch bevor wir uns die spannenden Wirkungen anschauen, lass uns mal kurz noch die langweiligen Gefahren anschauen. Ne, Spaß. Die Risiken sind schon hier wichtig zu beachten. Pilze und LSD, die können beide sehr verstörende psychische Erfahrungen aussuchen, die sich nachhaltig negativ auf uns auswirken. Klar, verglichen mit anderen Substanzen sind die beiden im Gefahrenpotenzial relativ gering, aber sie können trotzdem zu einem Bad Trip führen. Sie können Psychosen auslösen oder Traumata aus uns rausbringen. Deshalb ist natürlich hier die Vorbereitung und so weiter super wichtig. Da gibt es hier bei Set & Setting natürlich einige Videos, wie so ein Bad Trip verhindert werden kann. Unterschiedliche Gefahren gibt es natürlich. Bei LSD ist die Wirkungssache recht lang. Acht bis zwölf Stunden, das ist schon richtig lange. Da kann mehr passieren, denn es ist einfach mehr Zeit da, in der etwas schief gehen kann. Die zweite große Gefahr bei LSD ist, Fake-LSD zu erwischen. Dadurch, dass wir einen Schwarzmarkt haben und nicht genau wissen, was da immer drauf ist, gibt es auch ein paar Substanzen, die da schon einiges an Schaden ausgelöst haben. Bei Menschen, die dachten, das ist jetzt LSD, aber war dann ganz was anderes. Und bei Pilzen gibt es natürlich auch unterschiedliche Gefahren, wie beispielsweise die Verdauung. Vielen Menschen wird da richtig übel, wenn sie diese Pilze eingenommen haben und das kann sich negativ auf die Erfahrung auswirken. Genauso dadurch, dass Pilze in der Natur vorkommen, können wir nicht genau sagen, wie viel Inhaltsstoff Psilocybin, also der aktive Wirkstoff, ist da jetzt überhaupt drin. Zehn Prozent, zwanzig Prozent. Wir wissen also nie ganz genau, wie viel Wirkstoff jetzt in diesen Pilzen drin ist. Jetzt aber genug der Gefahren, schauen wir uns die Wirkung an. Und zwar fangen wir an mit den visuellen optischen Veränderungen bei solchen psychedelischen Erfahrungen. Und da gibt es zwei unterschiedlich, einmal Open-Eye-Visuals und Closed-Eye-Visuals. Also was sehen wir, wenn die Augen offen und so sind? Und wir fangen an mit den offenen. Pilze und LSD haben viele Wirkungen, die unterschiedlich sind, aber auch ganz, ganz viele, die genau gleich sind. Zumindest in meiner Erfahrung. Das erste, was ich immer bei so einer Erfahrung merke, ist, dass alles intensiver wird. Vor allem die Farben. Wie als ob jemand die Sättigung der Welt hochdreht und hochdreht und hochdreht und alles platzt plötzlich so in mein Gesicht rein. Und so habe ich die Farben noch nie wahrgenommen. Dann das nächste ist, dass alles plötzlich viel gestochen schärfer wird. Wie als ob du jetzt gerade in 1080p die Welt siehst und auf einmal siehst du die Welt in 4K. Also man kann es sich gar nicht richtig vorstellen, aber es ist wirklich alles viel klarer und genauer. Auf einmal fährt es so langsam hoch. Was ich auch immer sehe bei beiden, wenn ich in irgendwelche Muster reinschaue, an die Wand oder Teppiche auf dem Boden, dann fängt es an darin zu pulsieren. Es entstehen so eine Art Muster drin, die ineinander so verwoben werden und so nach außen pulsieren. Was mir bei den Open Eye Visuals bei Pilzen immer auffällt, ist, dass es irgendwie runder ist. Alles wirkt so wellig, als ob überall Wellen drin sind und alles, was davor eckig war, wird irgendwie rund. Außerdem fällt mir immer eine gewisse Symmetrie auf, die ich dann in menschlichen Gesichtern oder allgemein in Gegenständen sehe. Alles wirkt symmetrisch. Bei LSD hingegen finde ich die Open Eye Visuals etwas klarer und kontrastreicher. Alles wirkt irgendwie intensiver, aber eher auf so eine kantige und geradlinige Art. Es ist irgendwie schwierig, das zu beschreiben. Aber ich finde auch, dass alles etwas beginnt zu atmen. Also egal, wo ich hinschaue, alles atmet immer. Ich sehe auch oft in Dingen so eine Art Kunst. Also alles wirkt irgendwie gemäldeartig, so als ob es gezeichnet wurde. Dann gibt es noch den Effekt von Drifting, der das Ganze nochmal unterstreicht. Es ist so ein konstantes Atmen, das durch die Welt fließt. In ganz viele verschiedene Gegenstände geht es rein. Auch kommt es zu sogenannten Tracern. Das passiert, wenn wir die Hand nehmen. Normalerweise sehen wir unsere Hand da ja recht gut, aber bei LSD zieht alles irgendwie schlieren. Sie zu schlieren. Oder wir sehen Dinge in Dingen, die gar nicht da sind. Das passiert bei LSD vor allem, aber auch bei Pilzen kommt das vor. Was passiert jetzt aber, wenn wir die Augen schließen? Da gibt es auch Unterschiede bei LSD und Pilzen. Ich versuche sie dir mal aus meiner Erfahrung so ein bisschen näher zu bringen. Ich finde bei LSD fange ich plötzlich an, mir Dinge vorzustellen. Das Universum, das Weltall, irgendwelche Raumschiffe. Alles wirkt technisch, alles verfließt dann auch irgendwie ineinander. Alles wird kaleidoskopartig und es entstehen Formen und Farben, die nur so dahin schweben und sich wieder ineinander verschmelzen. Das sehe ich bei LSD. Und bei Pilzen ist es bei mir eher so ein Farbenspiel, ein Farbspektakel, das sich vor allem auch auf meine Emotionen auswirkt. Es ist wie, als ob meine Emotionen Farben kreieren. Also meine emotionale Welt kreiert die farbige Closed-Eight-Visuals-Welt. Und es ist gar nicht für mich so klar zu erkennen, was da passiert, sondern ich werde so weggeschwemmt in diesen Farben. So fühlt es sich für mich an. Doch welche der beiden ist jetzt wirklich besser? Das schauen wir uns jetzt an. Und dafür müssen wir uns ganz andere Wirkungsspektren anschauen, als einfach nur die visuellen Veränderungen. Beispielsweise die Musikveränderung. Wie nehmen wir Musik wahr? Ich finde bei LSD beginne ich Musik eher zu hören. Auf eine Weise, wie ich sie davor noch nie gehört habe. Eine so intensiv, detaillierte Weise. Mehr Musik hören lässt sich eigentlich gar nicht. Und bei Pilzen finde ich, dass die Musik plötzlich begleitend wird. Die Musik kreiert meine innere Welt. Die Musik ist alles, aber ich höre die Musik gar nicht so genau. Und die Musik ist eher wie so eine Art Hintergrundmusik, die alles verändert, was ich bin. Ohne dass mir bewusst ist, ich höre Musik. Dann haben wir noch den Bodyload. Das ist eine ganz typische Wirkung von unterschiedlichen Substanzen. Bei Pilzen ist es zum Beispiel so, dass der Bodyload eher als nach unten drückend beschrieben wird. So als ob unser Körper plötzlich schwer wird und wir nach unten mit dem Boden verschmelzen und versinken. LSD hingegen wirkt viel elektrisierender. Also alles wirkt so, als ob da so ein bisschen elektrisch ist. Es lässt sich ganz schwer erklären und man fühlt sich auch so ein bisschen angetrieben bei LSD. Also deswegen wird LSD wahrscheinlich auch gerne bei Festivals verwendet. Ist meine Vermutung, ich weiß es natürlich nicht. Weil es irgendwie wacher macht. Pilze sind eher so, ich will liegen. Und LSD ist mehr so, boah, Elektro. Und einen riesen Unterschied merke ich auch beim Inhalt der beiden Substanzen. Was meine ich mit Inhalt? Ich meine eigentlich alles andere als das, was wir wahrnehmen. Also zum Beispiel, wie fühlt sich unser Körper an? Was hören wir gerade? Was sehen wir gerade? Sondern was passiert wirklich in uns drin? Und da empfinde ich Pilze als um einiges mystischer. Wir sehen Figuren und Wahrnehmungen, die wir gar nicht kennen. Figuren aus der Antike oder sonstige Persönlichkeiten, die irgendwie nichts mit unserer Persönlichkeit zu tun haben. Bei LSD hingegen wirkt alles etwas biografischer. Irgendwie ist klarer ersichtlich, dass das, was ich erlebe, mit mir zu tun hat. Das ist natürlich auch dosierungsabhängig, aber die beiden Tendenzen nehme ich da trotzdem immer wieder wahr. Und jetzt lass uns doch nochmal das aufgreifen, was ich im Intro gesagt habe. Nämlich, dass Pilze bunt und lustig sind. Ja, bunt sind sie auf jeden Fall. Bei einer entsprechenden Dosierung wird alles intensiver und sättigender im Farbspektrum. Aber dass sie lustiger sind, da wäre ich vorsichtig mit dieser Aussage. Ja, Menschen machen oft lustige Erfahrungen, bei denen sie dann Lachflashs haben, bei denen sie Trüffel in Amsterdam nehmen oder Pilze in Amsterdam und irgendwie war alles ganz lustig. Können auch oft so Abwehrmechanismen sein, weil man nicht nach tiefer reinschauen möchte. Aber das ist ein anderes Thema. Aber generell sind aus meiner Erfahrung Pilze nicht lustiger als LSD. Sondern es kommt immer auf das Set und Setting an. Also das, was wir gerade in uns haben und das, was wir außerhalb von uns haben. Und dann kann es wirklich zu einer lustigen Erfahrung führen. Aber das ist dann auch gefährlich, dass wir denken, ach, Pilze sind ja lustig. Und dann nehmen wir Pilze und auf einmal kriegen wir eine voll krass intensive Erfahrung und werden mit dem Universum konfrontiert, sind gar nicht bereit dazu. Und dann hört es auf, lustig zu sein. Und dann wird ja gesagt, dass LSD kalt und unlebendig ist. Und ich kann wirklich nachvollziehen, eure Menschen das sagen. Es ist tatsächlich aus meiner Erfahrung so, dass weniger lebendiger, wellenartiger, natürlicher Content bei LSD passiert. Und deswegen können wir es als Unlebendiger empfinden. Aber LSD kann wirklich so viel Leben in uns auslösen, dass es dadurch auch wieder sehr lebendig wirken kann. Doch welche der beiden ist jetzt eigentlich besser? Ich kann ja natürlich nur meine subjektive Meinung dazu sagen. Mehr habe ich nicht. Also es gibt ja keine objektive Wahrheit. Pilze sind für mich immer um einiges emotionaler. Selbst bei geringeren Dosierungen merke ich schon so ein gewisses Grundrauschen, das sich direkt einschleicht voller Emotionen. Das habe ich bei LSD noch nicht so wahrnehmen können. Außerdem sind Pilze etwas mehr Achterbahnfahrt mäßig, etwas konfrontierender. Man muss halt einsteigen und die Fahrt genießen. Mehr bleibt ja nicht übrig. Bei LSD ist es natürlich auch so. Da können wir auch nicht wirklich kontrollieren, müssen es auch passieren lassen. Ich habe aber das Gefühl, dass es noch etwas präziser und stringenter ist in der Verwendung der Wirkung auf Ziele, die ich mir gesetzt habe. Wie zum Beispiel, dass ich vergangene Erlebnisse verarbeiten möchte. Habe ich in meinem Leben mit LSD schon mehrfach gemacht. Also Dinge, die passiert sind, die ich irgendwie nicht richtig verarbeitet habe, die nochmal rausgeholt und nacherlebt und integriert in mein Leben. Außerdem finde ich, dass LSD durch die elektrisierende Körperwirkung irgendwie besser dafür geeignet ist, nach draußen zu gehen, extrovertiert zu sein. Ich finde, bei Pilzen ist alles eher so ein bisschen so, man will sich einfach so hinlegen. Bei LSD ist man so ein bisschen mehr auf Gas und deswegen ist es extrovertierter etwas vorteilhaft. Zumindest in meiner Wahrnehmung so. So und du schaust jetzt gerade dieses Video an. Das bedeutet ja irgendwie, dass du dich auch für magische Zauberpilze und LSD interessierst. Und genau deshalb habe ich natürlich, da dir dieses Video sicherlich gefallen hat, noch ein Video vorbereitet. Das kannst du dir jetzt hier anschauen. Da geht es dann weiter mit Infos rund um alle möglichen psychedelischen Substanzen und Erfahrungen. Ich wünsche dir viel Spaß und ich danke dir fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Dein Jascha von Set und Setting und tschüss. Jetzt! Ich...